Im Namen von Herodus gebet ich euch, euch steuerlich registrieren zu lassen und euch hierzuweilen an euren Geburtsort zu begeben. Du Maria, ich muss doch mal schnell einkaufen fahren. Tschüss! Hallo Maria, ich soll dir verkünden, dass du bald ein Baby bekommst. Hallo Maria, da bin ich wieder. Du, ich habe gehört, wir müssen nach Nazareth. Ja, gut, dann lass uns mal losfahren. Josef, endlich da, da können wir schlafen. Oh, Maria, ich bin zu müde. Komm, lass uns ins Bett gehen. Ah, Josef, ich habe so arg wehen. Schnell, ruf die Hebamme an. Hallo Hebamme, hier sind Maria und Josef. Können Sie bitte schnell kommen? Hallo, wir sind hier. Alles wieder mal pressen, pressen, pressen. Ah, unser kleiner Schatz. Ich hole die Babysachen aus dem Auto. Weihnachten ist vorbei. Halleluja! Och, 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 och Vielen Dank.